Das ergibt keinen Sinn. Ich fange mit Arbeitskollegen nie etwas an. Das ist dämlich. Ja, trotzdem. Hör zu, wenn der Verkehr so gut funktioniert wie bei uns beiden, dann sollten zwei Menschen... Okay, ich werde dich gleich mal unterbrechen. Ein Mann, mit dem ich zusammen wäre, verwendet das Wort Sex. Er würde niemals Verkehr sagen und schon gar nicht um unser Verhalten zu schildern. Wir haben uns aufgeführt wie zwei wilde Affen. Genau, und wenn du schon so schnell dabei bist, einen Mann nach seinen Küssen zu beurteilen, solltest du auch seine Fähigkeiten beim Koitus berücksichtigen. Ich will niemanden verklagen. Es geht hier aber nicht um Sie. Ich muss klagen. Ich will für die Firma Geld verdienen. Ich brauche ein Opfer. Aber ich bin kein Opfer. Klar sind Sie eins, Paul. Phil. Sie sind entsetzlich fett. Da ist was schiefgelaufen. Man wird doch nicht einfach ganz von allein so dick. Ich beschwöre Sie. Sie müssen jemand beschuldigen. Das ist Amerika.